Ja gut, ich habe, so wie Freddy ihn nennt, Schnucki, ja schon des Öfteren gesehen auf unserem anderen Gestüt in Ostorf mit den Anreitern und war schon immer überzeugt von dem Pferd. Und dann kam das Pferd nach Hagen hin zu uns rüber und dann hat eine Mitarbeiterin das Pferd geritten. Ich sagte, Freddy, das ist einer. Wollte eigentlich nicht drauf, aber ich habe ihn so ein bisschen drauf gezwängt und dann hat er auch mir am Ende vertraut und habe ihm das Pferd dann gegeben und dann ist eine schöne Geschichte rausgekommen. Man muss sie schon wirklich im Kopf bei sich haben und dass sie auch für einen kämpfen wollen und da ist Zuckero, wie ich es auch schon mal gesagt habe, wirklich vom Interieur ideal.